Herr Steinbrück, erste Frage an Sie. Wie groß ist eigentlich Ihr Mitleid mit Armin Laschet? Doch begrenzt, aber es gibt es. Weil ich glaube, dass er diesen Wahlkampf und jetzt die Zeit danach politisch in Anführungsstrichen nicht überleben wird. Ich glaube zwar inzwischen, dass die Wahrscheinlichkeit stärker auf eine Ampelkoalition hinweist, anders noch als am Wahlabend, wo, wie Sie wissen, ich durchaus Jamaika für möglich gehalten habe. Nach dem Motto, die Union erhebt selbst auf dem Beifahrersitz nochmal den Anspruch. Aber in einem solchen Szenario glaube ich, dass die Union Herrn Laschet nicht ins Schaufenster stellen würde bei der Wahl zum Kanzler. Das heißt, Sie sagen, wenn Jamaika, dann ohne Laschet als Kanzler? Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie jemand anderen nominieren würde. Weil bei allem Respekt gegenüber seiner persönlichen Integrität er doch das Symbol oder die personifizierte Niederlage der Union ist. Obwohl ich zugebe, dass das ein bisschen ungerecht ist. Weil der Sündenbock ist kein Herdentier. Und er muss das jetzt alles auf sich nehmen. Und es geht ein bisschen in Vergessenheit, dass doch 16 Jahre Politikmodell von Frau Merkel die CDU ziemlich entleert haben. Sie ist durchaus erfolgreich in der Lage gewesen, viele Themen aufzusaugen, an sich zu ziehen, ruhig zu stellen. Sie ist in der Lage gewesen, aus Kontroversen, aus Wahlkämpfen den Sauerstoff herauszunehmen. Das war sehr erfolgreich für die Union, aber mit dem Ende ihrer Ära wird deutlich, dass die Union doch ziemlich profillos geworden ist. Und sie hat den Fehler gemacht, dann auch noch einen verhältnismäßig profillosen Kandidaten obendrauf zu setzen. Weil Sie dieses Gefühl und diese Situation kennen. Wie geht es einem Wahlverlierer eine Woche nach der Wahl, einem Kanzlerkandidatenverlierer, so wie Sie es auch waren? Das hat Trefferwirkung. Aber irgendwann weiß man auch, dass es nach der Politik ein Leben gibt. Das kann ich nur bestätigen. Wie lange dauert das? Unterschiedlich. Es ist abhängig von demjenigen, dem es widerfährt. Bei Ihnen? Ich glaube, dass, wenn ich meine Umgebung richtig interpretiere, haben die gesagt, naja, ein halbes Jahr und dann war das aus den Kleidern gebürstet. Aber man macht die Erfahrung, ich glaube, Talleyrand hat gesagt, Hochverrat ist eine Frage des Datums. Und der muss das übrigens wissen. Inzwischen stelle ich fest, auch Sieg oder Niederlage sind eine Frage des Datums. 2013 ist eine Niederlage und 2021 ist ein Erfolg. Grämt einen sowas? Wurmt einen sowas? Ich meine, 25,7 Prozent. Die Parallelitäten sind ja offensichtlich. Sie waren beide Länderchefs. Olaf Scholz hier in Hamburg, Sie in NRW. Beide Finanzminister. Und dann holen Sie beide 25,7 Prozent. Sie gingen als Verlierer vom Platz. Er wird wahrscheinlich bald Kanzler sein. Es grämt Sie nicht. Das ist nun the name of the game, wie man so sagt. Das ist der demokratische Wettbewerb. Und einmal sind Sie mit dem Ergebnis vorne. Und dann verändert sich ja auch Gesellschaft. Die politische Landschaft hat sich in den acht Jahren verändert. Die beiden großen Parteien sind nicht mehr das, was wir bis in die 70er, 80er, 90er Jahre als Volksparteien erlebt haben. Die SPD ist lang auf dem Niveau von um und bei 15 Prozent gewesen. Insofern sind die Rahmenbedingungen andere, unter denen Scholz jetzt die 25,7 geholt hat. Und man darf nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass Frau Merkel in meinem Wahlkampf über 40 Prozent war. Das ist wahr? Zuzugeben. All das, was Sie jetzt sagen, das sagt alles der Kopf. Das ist sozusagen die ausformulierte Analyse Ihrer Geschichte. Aber was sagt der Bauch? Wann kommt das wirklich da an? Sie wollen jetzt mein Innenleben offen. Ich würde gerne mal verstehen, was das mit Menschen macht. Weil ich habe ja immer wieder hier auch Leute sitzen, die genau mit solchen... Wissen Sie, allein das Wort Niederlage in dem Zusammenhang ist ja schon ein großes Wort. Weil man muss ja erstmal in die Verlegenheit kommen, sozusagen Kanzlerkandidat sein zu können. Das heißt, man ist dann ganz, ganz oben angekommen. Und plötzlich erlebst du, wie noch am Wahlabend, der erste Balken geht hoch und die ersten suchen schon einen Notausgang. Es spielt eine Rolle, wie Sie selber die Lage eingeschätzt haben. Und ich war jedenfalls morgens beim Blick in den Rasierspiegel ziemlich sicher, ich kann die Wahl sowieso nicht gewinnen. Das dürfen Sie niemals zu erkennen geben, weil es wahnsinnig demotivierend ist. Aber damals, 2013, war mir schon klar, dass es fast unmöglich ist, diese Bundestagswahl zu gewinnen. Insofern, wenn Sie so wollen, war ich psychologisch auf eine Niederlage bereits länger vorbereitet. Ab wann waren Sie das? Wie viele Wochen vorher? Mindestens sechs Monate vorher. Sechs Monate vorher? Wussten Sie schon, das geht schief? Ja. Wie oft denkt man danach hinzuschmeißen? Gar nicht, weil Sie wissen, dass Sie eine Verantwortung haben. Mit Blick nicht nur auf die eigene Partei, sondern auch einen demokratischen Wettbewerb. Sie wissen genau, wenn Sie dies zu erkennen geben und sich so auch darstellen, dann verliert Ihre eigene Partei nochmal zwei, drei Prozent mehr. Sie wissen um die eigenen Fehler. Insofern habe ich dort mit Herrn Laschet auch ein gewisses Verständnis, denn ich kann mich an meine verkehrten Fingerübungen ganz gut erinnern, die dann ebenfalls zu einem Symbolbild wurden. Aber das eine Foto, ich meine, der eine kurze Moment. Ja, das hat mich bei zwei Prozent gekostet. Das kam bei den unter 18-Jährigen ganz gut an, aber die sind nicht wahlberechtigt gewesen. Das ist das berühmte Foto, aber das war ein ironisches Wort auf unserem Sender haben. Ja gut, aber da wussten Sie ja schon, ne? Ja, das Bild ist ein Fehler gewesen von mir. Und wann beginnt der Kampf sozusagen gegen die eigene Partei? Wann fängen die an auf das Leittier, wie Sie es gerade formuliert haben, loszugehen? Nein, kein Kampf gegen die eigene Partei, aber der SPD-Erfolg dieses Mal ist maßgeblich davon geprägt, dass anders als 2009, 2013, 2017 die Partei sehr geschlossen hinter Olaf Scholz gestanden hat. Ich glaube trotzdem, dass man sehr vorsichtig sein sollte, die SPD habe gewonnen. Ich würde es darauf reduzieren wollen, dass Olaf Scholz gewonnen hat. Er hat gewonnen, auch weil er, so banal das klingt, nicht Armin Laschet war in diesem Vergleich. Die SPD oder seine Umgebung ist in der Lage gewesen, alle, die ihm hätten Knüppel zwischen die Beine, hätten werfen können, zu vergattern, um den Preis einer Exkommunikation. Das hat sehr gut geklappt. Und man muss vielleicht sogar so weit gehen, gefährliche Aussage von mir, Olaf Scholz ist gewählt worden, nicht weil er in der SPD ist, sondern obwohl er in der SPD ist. Ich will sagen, eine Prägung der SPD durch Esken und Kühnert hätte in meinen Augen nicht mal die 20 Prozent erreicht. Scholz und seine Leute haben es geschafft, alle, die ihm zwischen die Beine hätten hauen können, zu knebeln, zu fesseln und in den Keller des Willy-Brandt-Hauses einzusperren. Teilen Sie die Analyse? Ich weiß, wer das gesagt hat. Wer hat das gesagt? Das war ich. Ich weiß. Ja, das ist gelungen. Das war anders als 29, 23, 23, 27. Nochmal, der Kampf gegen die eigene Partei. Ich habe dieser Tage Interviews gelesen mit Unionsabgeordneten. Unsere Wahlniederlage hat genau drei Gründe. Erstens Laschet, zweitens Laschet, drittens Laschet. Wie weh tut sowas? Das ist zu wenig, weil ich ja schon gesagt habe, dass der ... Aber persönlich meine ich jetzt, das ist so der erste Beißreflex. Und zwar ohne noch überhaupt den Versuch zu machen, es in irgendeiner Form inhaltlich zu begründen oder zu tarnen, sondern richtig los. Das war die Antwort, die ich Ihnen auf Ihre Frage geben wollte, ja. Das heißt, Sie personalisieren eine solche Niederlage, ohne zu fragen, ob es nicht auch tiefere inhaltliche Gründe hat. Und natürlich hängt es auch an der Partei. Das ist dieselbe Situation gewesen für die SPD, als die Wahlniederlagen eingesteckt haben. Es waren nicht alleine die Spitzenkandidaten mit ihren Fehlern. Und die Reaktion, dann immer von einer Erneuerung der Partei zu reden, diesen Begriff fast inflationär in Parteitagsreden dann zu erwähnen, aber es folgenlos zu lassen, ist einer der Gründe gewesen, warum die SPD zwischen 2009 und 2021 doch auch wittere Zeiten erlebte. Hat Armin Laschet den Zeitpunkt für einen geordneten Rückzug verpasst? Nein, er konnte nicht vor der Bundestagswahl zurücktreten, undenkbar. Aber am Wahlabend 18 Uhr, Sonntagabend 18 Uhr? Da trat er noch auf, wahrscheinlich nach den Beratungen im Präsidium oder im Vorstand seiner Partei gegebenenfalls den Anspruch zu erheben. Er hat es später dementiert, aber jedenfalls die Debatte offen zu halten, dass Jamaika noch gelingen könnte. Auch in einer gewissen historischen Analogie, dass gegebenenfalls in Deutschland manchmal schon der Zweitplatzierte doch ins Kanzleramt gezogen ist. Und das war bestimmt am Wahlabend noch die Vorstellung der Union, ehe sie sich dann allerdings am Montag zerlegte. Wie läuft das dann kommunikativ? Also wann kommt der Erste und sagt, Sie duzen sich ja alle in der SPD, Peer, das war's? Das hat im Fall von Gerd Schröder auch eine gewisse Zeit lang gedauert. Und es gab einen, der es ihm gesagt hat. Das ist Franz Münteferien gewesen. Und es bleibt der Zeitpunkt abzuwarten, wo jemandem Armin Laschet sagt, das war's. In meinen Augen müsste das jemand wie Schäuble sein. Aber Schäuble steht ja selbst vor den Trümmern seines Lebens. Schäuble hat ihn ja erst empfohlen. Also dass Schäuble, der erst dafür sorgt, dass Herr Laschet Kandidat wird, jetzt sagt, oh hör mal, war blöd, dass ich es vorgeschlagen habe, jetzt geh mal. Das ist ja auch eher unwahrscheinlich. Meine Antwort ist, umso glaubwürdig würde ja keiner gegen ihn über Armin Laschet auftreten. Weil er ihn empfohlen hat. Aber wäre es nicht geschickt, jetzt die Jamaika-Sondierungen abzuwarten und dann zu sagen, okay, ich hab's versucht und dann dreh dich zurück? Ja, dann müsste es ja zu einem formalisierten Beginn von Koalitionsverhandlungen machen mit Blick auf Jamaika. Und wenn ich heute nach der Wahrscheinlichkeit gefragt werde, glaube ich nicht, dass es dazu kommt. Weil weite Teile der CDU doch zu dem Ergebnis kommen, dass bei einer solchen Niederlage und der augenblicklichen Führungslosigkeit und erkennbaren Nichtregierungsfähigkeit der eigenen Partei man irgendwann zu der Erkenntnis kommt, nein, diesmal gehen wir in die Opposition. Und das wird dann auch der Zeitpunkt sein, glaube ich, wo Armin Laschet mit jemandem reden muss oder mit sich selber zu dem Ergebnis kommt, dass das der Abschied aus der Politik ist. Abschied aus der Politik, das heißt Rückzug nach Düsseldorf, Ministerpräsident bleiben, ist dann auch keine Option. Das ist bereits ausgeschlossen. Er ist dabei, seine Nachfolge in Düsseldorf zu regeln. Er muss dies tun vor dem 24. Oktober, weil er nicht gleichzeitig Ministerpräsident sein kann und ein Bundestagsmandat hat. Also ist das schon mal so gut wie erledigt. Und ich glaube, man muss auch irgendwo eine Art von Erkenntnis haben und Selbstwertgefühl haben, zu sagen, dann gehe ich nicht in die hintere Reihe eines Parlamentes, nachdem ich so hoch gestartet bin und so tief gefallen bin. Sondern dann muss man, glaube ich, doch einen ziemlichen Paradigmenwechsel vornehmen. Das ist ja im Prinzip so ein Martin-Schulz-Moment. Martin Schulz ist ja genauso hoch gestartet. Martin Schulz, Heidi Simonis, was wird da aus mir? Das war dann Hinterbänkler ein Jahr dann noch. Genau. Also was Sie gerade sagen, Selbstwertgefühl. Ich weiß, dass von Spitzenleuten, wenn es dann um solche entscheidenden Daten geht, die sind bis zu dem Abend, ist alles voll mit Terminen, zugepflastert, keine freie Minute. Danach werden Wochen zum Teil freigehalten. Und an der Sekunde, am Sonntagabend um 18 Uhr entscheiden sich wirklich Biografien. Einverstanden. Wie hart ist das? Das ist hart, aber das ist Bestandteil der Politik. Das ist das Zitat über die berühmte heiße Küche, in die Sie nicht gehen dürfen, wenn Sie diese Hitze nicht aushalten. Und ein demokratischer Wettbewerb ist ja, wie ich finde, deshalb ein Fortschritt, weil Sie nicht anschließend vom Revolutionstribunal landen oder auf der Guillotino. Das heißt, Sie bleiben gesund dabei. Aber das ist nun das Ergebnis von Demokratie. Und darauf muss man sich einstellen und kann sich nicht hinterher darüber beklagen. Juli C., wie bewerten Sie die Situation, vor der will da gerade stehen? SPD-Mitglied, jemand, der sich um Demokratie viele Gedanken macht, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, auch gratizitiert, die Themen, von denen Sie sagen, da hat kein Mensch drüber geredet. Also in welcher Situation sind wir da gerade? Ja, mir hat im Wahlkampf, wie gesagt, eine Menge gefehlt. Aber ich will jetzt erst mal mit positiven Sachen mal anfangen, dass wir mal sagen, was eigentlich gut gelaufen ist. Also wir haben ja viel Zeit in den letzten Monaten und Jahren damit verbracht, immer wieder zu analysieren und zu betonen, wie wahnsinnig polarisiert dieses Land eigentlich sei, dass alles auseinanderfällt, dass es keine verbindenden Elemente mehr gibt, dass wir Angst haben müssen, dass das immer weiter fortschreitet, dass sogar die Demokratie bedroht sei, Vertrauensverluste. All das Besprechen mir besorgt, vielleicht manchmal auch fast schon ein bisschen hysterisch. Ich finde, diese Wahl hat jetzt im Ergebnis eigentlich eher gezeigt, dass das alles Fehlanalysen sind. Das ist eigentlich ein Ergebnis, was zeigt, die Extremränder sind nicht gestärkt worden, trotz dieses Corona-Jahres, wo ja Gegensätze aufgebrochen sind, wo eine große Hitzigkeit in den Auseinandersetzungen geherrscht hat. Trotzdem hat diese Wahl aus meiner Sicht eigentlich eher was Versöhnliches. Also die Frage hat am Ende jetzt die SPD oder die CDU das Rennen gemacht. Das sind keine Richtungsentscheidungen im Sinne von, wir laufen entweder in die eine oder in die andere Richtung, sondern wir haben hier ein Ensemble aus Parteien, die demokratisch sind, die pro Europa sind, die pro Klimaschutz sind, die eigentlich grob gesagt sehr einig sind auf eine vernünftige Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, der Wähler ist da mitgegangen. Also das ist jetzt ein Ergebnis, was natürlich nicht mehr große Volksparteien hervorbringt. Bedauern Sie das? Es ist ja gerade viel die Rede davon, dass da löst sich ja gerade was auf. Dass die 40% nicht mehr stattfinden sozusagen. Du hast im Grunde zwei Parteien oder sogar eine allein und die regiert. Und die Sache ist sehr klar, ein Zustand, um den uns ja viele Länder häufig beneidet haben. Beneidet haben, weil es so eine Art von Übersichtlichkeit oder eine vermeintliche Orientierung bringt und die Welt irgendwie auf den ersten Blick einfacher macht. Also ich gebe zu, dass ich inzwischen auch alt genug bin, um mich an sowas gewöhnt zu haben und dann irgendwie auch denke, so wie soll das hier gehen in Deutschland mit lauter so mittelgroßen Parteien? Was sind denn das für Verhältnisse? Das wird schrecklich, eine Zersplitterung. Aber ich glaube, da kämpft man eher gegen seine eigenen Bequemlichkeiten, seine inneren Bequemlichkeiten, weil es spricht ja nun überhaupt nichts dagegen, in einem Portfolio von wirklich anständigen, vernünftigen Parteien eine gesunde Dreier-Koalition zu bilden. Das ist nicht der Zerfall der Demokratie, sondern das spiegelt eigentlich die gesellschaftlichen Entwicklungen sehr gut wider. Wir sind nicht mehr geteilt in Christdemokraten und Sozialdemokraten und dann gibt es noch so ein paar andere, sondern das hat sich einfach etwas diversifiziert und dagegen spricht ja nichts. Einige sagen sogar, es könnte Demokratie stärkend sein. Weil das Muster der Kanzler-Demokratie, das maßgeblich das Machtzentrum im Kanzleramt liegt, doch wahrscheinlich sich stärker verlagert, wenn drei Parteien vertreten sind in die Fraktionsspitzen des Deutschen Bundestages. Und es verlangt ja auch ein paar Tugenden, die wir eigentlich eher entwickelt haben, auch im Führungsstil, in der Art, wie man miteinander redet. Man muss noch moderierender sein, kompromissfähiger sein, man muss gut verhandeln. Das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Und ich finde auch, wenn man jetzt anschaut, wie das seit dem Wahlabend läuft, also was die da zurzeit machen in ihren Sondierungen, ist auch ordentlich. Also dass sie die Tür zumachen und sagen, das machen wir jetzt auch ohne großes Presse-Tam-Tam, sondern hier in Ruhe. Zumindest so lange, bis die CDU ins Spiel kam. Ja, das haben sie auch wieder super hingekriegt. Also wirklich. Wer ist denn das, der da direkt wieder Dinge durchsteckt? Also kaum ist die CDU im Spiel von Grünen und CDU aktuell, wenn Dinge durchgesteckt. Na gut, aber von der CDU, da hat man ja so übliche Verdächtige. Und wen denken Sie da? Na Bahn, Jens Spahn, Michael Kretschmer. Also wissen Sie oder vermuten Sie jetzt nur, wir müssen jetzt aufpassen, wir sind ganz knapp, wir sind jetzt ein Jurist. Wir wissen gar nichts. Wir können aber eine Indizienkette legen. Wer schreibt Ihnen denn immer? Wer simst Ihnen? Das kann sie doch nicht sagen. Ja, das hat er jetzt gerade. Also hier schon, wir sind ja unter uns hier. Das ist Quellenschutz, genau. Ja, Quellenschutz. Genau, das ist wie bei den Pandora Papers. Quellenschutz. Das heißt, was schreibt Ihnen dann Jens Spahn? Was schreibt er dann? Da müssen Sie jetzt den Robin Alexander vielleicht wieder einladen. Ja, der sitzt ja im Lüftungsschacht. Ach so, der sitzt im Lüftungsschacht. Okay. Das ist ein ganz anderer Ort. Ich habe mal eine Frage, Frau Wagenknecht. Die Frage auch an Sie. Wir tun ja medial zumindest. Wir wollen es ja immer möglichst tollschnittartig und auch einfach und übersichtlich haben. Zumindest so schlichte Gemüter wie ich. Es sei das mit der Ampel jetzt ausgemachte Sache. Aber es ist es ja nicht. Es ist ja durchaus immer noch denkbar, dass das schief geht und dann stehen wir plötzlich vor Jamaika. Und wer wäre denn dann der Anführer? Wäre das dann Armin Laschet? Wäre ein Kanzler Armin Laschet vermittelbar, öffentlich, medial? Und wenn nicht, was wäre denn dann? Wer könnte denn übernehmen? Also ich halte es für ausgeschlossen, bei dem offensichtlichen Verlust an Rückhalt, den Armin Laschet in der eigenen Partei hat, dass er Kanzler wird. Also das zerlegt sich ja jetzt richtig. Also das kennt man auch manchmal von anderen Parteien. Von der CDU kannte man es bisher nicht. Von der Linkspartei? Ja, auch von der SPD. Von der SPD? Hat ja nun auch sehr viele Vorsitzende wirklich zerlegt und verschlissen. Aber jetzt ist die CDU gerade in der Situation. Und ich glaube nicht, dass man unter den Bedingungen, das könnte ja keine Partei wirklich ernsthaft verantworten, eine stabile deutsche Regierung hinbekommen. Und ich sehe auch das Problem, ich meine, die Grünen haben sich ja jetzt festgelegt, mit Mitgliederbefragung und Ähnlichem, dass die Grünen ihrer Basis vermitteln können, dass sie jetzt selbst mit einem anderen Kanzler eine CDU-Regierung, also eine Jamaika-Regierung machen, wenn eine Ampel möglich ist, halte ich für schwierig. Und ich sehe eigentlich auch bei der FDP zurzeit, klar, die würden auch für ihre Wähler, möchten sie gerne vermitteln, dass sie natürlich Jamaika bevorzugen. Aber ich merke, dass sie eigentlich doch einen Grund nach dem nächsten suchen, warum es leider nicht anders ging. Und wenn Olaf Scholz jetzt nicht, also er wird ihnen ja viel anbieten, was aber ein Problem ist, weil er damit natürlich seinen eigenen Wählern das nicht einlösen wird, was er ihnen versprochen hat. Was befürchten Sie, was da auf dem Altar direkt geopfert wird? Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit Omid Nouripour, wichtiger Mann in seiner grünen Partei. Und er hat sich wirklich auf gar keinen Fall wollte er sich dazu hinreißen lassen, und zu sagen, so Tempo 130 machen wir auf jeden Fall. Ich meine, das wäre einfach zu machen. Wenn uns das mit dem Klima wirklich ernst ist und wenn wir sagen, wir müssen so und so viele Tonnen einsparen, kannst du tausendmal auf die Bahn verweisen. Da brauchen wir Jahre, um Bahnstrecken zu bauen. Aber das mit dem Auto können wir sofort machen. War er nicht dazu bereit? Nein, es gibt ja erstaunlich wenig. Also gut, man kann sagen, klar, es hat jetzt auch keinen Sinn, dass jeder seine roten Linien öffentlich formuliert. Aber ich meine, die SPD hat den Mindestlohn versprochen. Ich denke, dass sie den auch kriegen wird. Weil, ich meine, wir haben eine Inflation von 4%. Bei Energie, bei Grundnahrungsmitteln ist sie noch viel höher. Wir müssen den Mindestlohn erhöhen. Also das ist wirklich ein Desaster, wie niedrig der in Deutschland ist. Und ich denke, dass das am Ende sogar auch Herr Lindner einsehen wird. Also ich nehme an, dass die SPD das durchsetzen wird. Aber Vermögenssteuer kann sich abschreiben. Steuerliche Entlastung von Geringverdienern würde ja voraussetzen, dass man dann bei den wirklichen Großverdienern stärker zulangt. Sonst kann man es ja nicht finanzieren. Also wird auch das sehr unwahrscheinlich sein. Ich nehme an, dass Lindner auf der Abschaffung des Soli-Zuschlags besteht. Also er will ja, muss natürlich, also die FDP hat ja das meiste, was sie dann, also sie muss ja ihrer Klientel sagen, okay, wir haben uns jetzt für die Ampel entschieden und nicht für Jamaika. Und zwar, weil wir das und das und das bekommen haben. Und ich fürchte, sie werden eine ganze Menge bekommen. In dieser Regierung werden die Grünen und die FDP eine sehr, sehr starke Stimme haben. Beide sind Parteien, die vor allem von Besserverdienern gewählt werden. Also es sind beides Parteien, die schon eher die wohlhabenden Milieus vertreten. Und deswegen mache ich mir wirklich Sorgen, dass das Land weiter auseinanderdriftet. Und ich teile auch das, was Sie gesagt haben, in dem Sinne, natürlich bin ich auch froh, dass die AfD jetzt nicht weiter zugelegt hat. Aber ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, dass die AfD natürlich auch wirklich überhaupt kein attraktives Personal hat, dass sie auch völlig zerstritten ist. Also das Potenzial für eine solche Partei ist meines Erachtens immer noch deutlich größer. Das sehe ich auch so. Als die Wahlergebnisse. Man muss auch sagen, die Corona-Politik, da hat die FDP, das muss ich ja sogar anerkennend sagen, hat sie irgendwann eine sehr profilierte Politik gemacht und doch einen Teil derer, die mit den Maßnahmen nicht einverstanden waren, glaube ich. Ich meine, die FDP ist ja immerhin von 5% im letzten Sommer auf den Wert hochgegangen. Und das war die Corona, glaube ich, im Wesentlichen die Corona-Politik. Ich kenne sogar selber Leute, die früher Linkspartei gewählt haben. Die haben mir gesagt, also sie finden die Steuerpolitik der FDP schrecklich. Aber sie wählen nicht mal FDP, weil die sind wenigstens für die Verteidigung der Grundrechte. Also das heißt, die FDP hat da... Was haben Sie gewählt? Sie haben ja auch mit der Corona-Politik gehadert. Nein, ich habe nicht die FDP gewählt. Haben Sie auch FDP gewählt? Nein, ganz sicher nicht. Aber trotzdem, ich finde, sie haben da tatsächlich eine anständige Figur gemacht und sie haben dadurch nicht der AfD das Feld überlassen. Also auch das hat ein bisschen zu den Wahlergebnissen beigetragen. Aber was ich wirklich schlimm finde, ist, wie wenig Profil gerade bei den zwei ehemaligen Volksparteien da war. Darf ich einmal ein interessantes Zitat dazu? Auch ein Fußlahmer kann einen 100-Meter-Lauf gewinnen, wenn seine zwei Mitbewerber kurz vor dem Ziel kollabieren. Zitat Ende. Das waren Sie. Ja, also ich glaube wirklich, dass... Das ist eine harte Beschreibung. Ja, aber es ist schon so, dass Olaf in den Triellen natürlich besser abgeschnitten hat als Annalena Baerbock, als Armin Laschet. Und insoweit war das für ihn eigentlich eine Werbung, weil er dann immer noch solide wirkte gegen die Schweiz. Also ich würde ja gerne mal irgendwie ein bisschen einen anderen Blick drauf werfen. Also Sie haben das vorhin in der Anmoderation ja auch schon so als selbstverständlich vorausgesetzt. Und es drang auch hier so durch, dass sozusagen der falsche Finger, das falsche Lachen im falschen Moment und dass so eine Fettnapfgeschichte letztlich darüber entscheidet, wo die Prozente landen. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen ein zu schwaches und pessimistisches Bild von unseren Wählern zeichnet. Also so blöd, denke ich mal, sind die auch wieder nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Analyse stimmt, dass tatsächlich die Leute, die jetzt vor einer Woche zur Wahlurne gegangen sind, einfach nur gesagt haben, naja, der Scholz, der hat am wenigsten Fehler gemacht, den wähle ich jetzt. Also wenn das tatsächlich der Fall wäre, hätten wir, glaube ich, Demokratie auf wirklich unterirdischem Niveau. Und ich würde auch gerne ein bisschen optimistischer über die sozialdemokratische Idee nochmal sprechen. Also ich gebe Ihnen total recht, dass da, sage ich mal, Defizite sind, auch aus meiner Sicht, aber Olaf Scholz hat es schon geschafft und auch seriös rübergebracht. Und soweit ich ihn wahrnehme, meint er es auch so, dass er schon so ein paar klassische Anliegen des sozialen Ausgleichs wieder nach vorne gestellt hat. Das ist im Wahlprogramm nicht zu überlesen und das hat er auch überall nach vorne getragen. Aber Sie sagen auch, Frau C., er sei ein Anticharismatiker, genauso übrigens wie Peer Steinbruch. Ja, genau. Das hat mich überrascht. Aber wenn ich da mal... Ich hoffe, Herr Steinbruch... Hast du dir das wirklich gesagt? Ja, total. Ich finde, Sie sehen sich auch ähnlich. Die Sendung aber jetzt zu Ende, ne? Einer von uns muss jetzt gehen. Aber finden Sie auch, dass Sie sich auch ähnlich sehen mit Herr Scholz, so optisch? Optisch? Ja. Was ist denn das jetzt für ein Niveau? Sie müssen darauf nicht antworten, Herr Steinbruch. Nein, das tue ich jetzt auch nicht. Nein, Sie müssen nicht antworten. Sie sehen, wir können auch lächeln und gehen zum Lachen auch nicht in den Keller bei Licht aus. Das geht. Und einer hat eine Brille. Ja, durchaus einen gewissen Sinn für Ironie und Humor. Aber okay, vielleicht kommen wir vom Image her immer so rüber, weil andere uns auch so beschreiben. Ich finde ja, ich meinte das ja gar nicht kritisch. Aber anticharismatisch, was meinen Sie damit? Na, damit meine ich, dass man kein Schreihals ist, der mit wohlfeilen Parolen, einem hübschen Gesicht und einer volltönten Stimme versucht, Massen hinter sich zu sammeln. Also um das mal, ein Anticharismatiker ist auch das Gegenteil eines Populisten, muss ja klar sagen, ja. Und was die Herren Steinbrück und Scholz ja wirklich positiv auszeichnet, ist, dass die sachlich sind, sehr clever, souverän, eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Sie merken, sie biegt jetzt den ... Er wird jetzt immer größer. Ich kann bleiben. Und sie hat genau das Ziel erreicht. Nein, mal ganz im Ernst, also mal abgesehen von der Person Scholz, die, glaube ich, einfach mit so einer gewissen souveränen, verlässlichen, vernünftigen Ausstrahlung schon Leute eingesammelt hat, die das Gefühl haben, das ist mir hier alles ein bisschen zu laut, ja. Also das ganze Geschrei über den Richtungswahlkampf, den haben wir ja inzwischen alle zwei Jahre, wenn man sich mal anhört, was bei der Europawahl vor zwei Jahren gesagt wurde, das war auch der Richtungswahlkampf jetzt schon wieder. Scholz stand, glaube ich, ein bisschen mehr dafür zu sagen, es gibt echt Wichtiges zu tun, aber es ist auch nicht so, dass wir hier eine Revolution brauchen und das ganze System über den Haufen werfen müssen, sondern wir haben schon Wege beschritten. Ja. Das muss schneller gehen, besser gehen und so weiter. Das strahlt er aus. Und ich glaube, das war das, was geholfen hat, aber ich glaube nicht, dass das nur eine Frage ist, wer war jetzt der am wenigsten Schlechte und dass das nichts zu tun hat mit dem Spirit der jeweiligen Partei, der dahinter steht. Also das ist mir zu wenig. An den Anticharismatiker, geht Ihre Analyse genauso? Ja, und auch durchaus in einer gewissen Linie, sowohl mit Frau C. wie auch mit Frau Wagenknecht, wo ich allerdings an den Anfang stellen möchte, man kann sich eine Regierung ganz andere Art wünschen. Die besteht von mir aus aus Einstein, Helene Fischer und Tarzan, aber wir haben es nur mit denen zu tun, die da sind. Und nach Lage der Dinge ist die Regierung, die am wahrscheinlichsten ist und diese Aufgaben übernehmen muss, diejenige, die sich da abzeichnet. Die Übereinstimmung besteht daran, dass ich glaube, dass der Wahlkampf nicht banal war, aber dass wir es mit einer Reihe von zentralen Themen zu tun haben, die trotzdem in der öffentlichen Debatte und auch im politischen Streit unterbelichtet sind. Ich glaube, dass wir längst noch nicht begriffen haben, was Klimawandel und in den Konsequenzen bedeutet, weder von den Kosten her, noch von den Verteilungseffekten her, noch von der Änderung der Lebensweisen. Ich glaube, wir haben längst nicht begriffen, was der Alterungsprozess dieser Gesellschaft bedeutet, nicht nur mit Blick auf die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, sondern mit Blick auf Fachkräfte und wie entwickelt sich eine Gesellschaft, die immer älter wird, wo bereits jetzt meine Generation 38 Prozent der Wähler gestellt haben und auf Status quo Interessen orientiert sind und die Frage stellt sich, wie ist es um die Innovationsfähigkeit und um die Neugier einer Gesellschaft bestellt, die immer älter wird. In dem Wahlkampf spielte überhaupt keine Rolle die Krise des Multilateralismus und damit, welche Rolle in Europa und mit Europa Deutschland hat. Und ich gebe zu, nach wie vor stellt sich die soziale Frage, wie entwickelt sich die Teilhabe am Haben und Sagen in dieser Gesellschaft. Aber ich kann mir keine andere Regierung im Augenblick vorstellen, die diese Fragen am ehesten aufgreifen könnte.